Wetten wir faul beim Nach-Nach-Einwurf? Digga, dass Harry Kane da gerade mitjubelt. Ich kotze. Zweitens. Was? Hat er gemacht? Ich schwöre sogar, ich habe gesagt, ich verstehe nicht, wieso er Bellingham rausnimmt. Und, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr ehrlich seid, habe ich auch gesagt, dass England noch ein Tor macht. Habe ich das nicht gesagt? Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, wieso er Bellingham rausnimmt. Habe ich zu einer Million Prozent gesagt. Einer Million Prozent. Aber ich habe auch gesagt, dass England, dass sie noch ein Tor machen werden.